Mein Name ist Lothar Binding und ich vertrete den Wahlkreis Heidelberg-Weinheim in Berlin. Ich bin in der SPD-Fraktion und zuständig für die Finanzpolitik. Also im Wesentlichen heißt das für die Steuerpolitik. Ich kümmere mich darum, dass die internationalen Konzerne gerecht Steuern bezahlen und natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020